Kollektive Dummheit versammelt Wieder mal mit kollektiver Blödheit am Start Portal Hi Ah, das war jetzt mal Timing hoch 10, weil... Grad, wo du sagst Hi, war man mit meinem schwarzen Bildschirm weg Oh, du hast das schwarzen Bildschirm? Ich hatte einen Warum wirst du denn? Keine Ahnung Egal Du-du-du-du-du-du-du Wir haben wieder eine frische Aufnahme... Na, warte mal Was habe ich jetzt aktiviert? Hier, dieses Haken-Dings da Ah Äh, wir müssen den Stern aktivieren zuvor Ich glaube, wir müssen hier hin Den da zum Beispiel, aber dann muss man da noch mal wieder rein Oh Ja, ich kann nicht, sonst ich mein, das war Portal weg Ähm Ähm Ich glaub da ist... wir haben ein Problem Hehehe Hehehe Ne, man kann ja jemand dadurch um die ausfallen Hau Au Könnt man ja auch so machen Boah Stopp So Geh ich mal da hoch, ich weiß ja nicht was da oben ist, aber... Äh, nein Du solltest vielleicht erstmal den Laser wieder umsetzen Ähm... Ähm... Ich muss noch nicht mehr drauf stehen bleiben, glaube ich, oder? Ähm... Hi Hi Ich bin da oben, ja Ja, ich weiß Warte mal Warte mal Ich war mal... Ich war mal... Ich war mal... Warum ist ein 3, ey, warte mal Ähm... Ich glaub ich weiß, was es dir bringen soll Aber wie komm ich... Wenn du hier, hier noch ein Portal setzt, dann kannst du noch hoch springen, aber... Und wie... dazu müsste die Wand aber weg Ach so... Ähm... Hi Warte mal, wir sind doch ein bisschen hier so blöd, ne? Wöschst du was Neues? Nein Au Wollen wir's... Bleib einfach drauf, bleib einfach rumschämen und lass mich mal machen Wie gerade, so... Ach so, jetzt weiß ich, was du vorhörst... Jupp Jepp Der Portal wegsetzen Heheh Hieronimo! Um... Pff... Hab nワrfel Du hast 스트�ri同? Im Ernst? Ich hab n void Ähh... Du fix embarrass... Nein! Stefan... was du denn das bringt nee warte stopp was genau was keine ahnung jetzt brauchen wir aber was bringt es überhaupt hier ist ein kreis weil diese bilden gefunden wo ist der kann dann müssen wir es weiter drücken 21 los wieder bist du dass wir das nicht rechtzeitig schafft wird schaffst du das beide einzelne gleichzeitig zu rücken weil dann weil sie ich schaue mal kurz ja ja dass das das kann zu schaffen okay dann mach ich mal noch mal so jetzt müsste ich halt scheiße selbst immer die portale so wie ich hab ach so und stopp mal jetzt ein roter partner oben dass du das ding aktivierst denn ich glaube ich habe jetzt gerade einen plan dass ich hier wenig lieber wir wollen und da bitte ach so doch doch was passiert eigentlich wenn wir das aktivieren werden wir sehen ach so wir müssen das hier aktiviert und das hier dass der das der club gefällt war das und was noch das ist wahrscheinlich das ding hier ja ja das teil ja das ist ja dazu muss ich jetzt aber das jahr gesetzt okay dann muss ich ja bloß die zwei rote portal das rote portal umsetzen also stimmt also ich war zu langsam ja da ist noch mal passt das hat irgendwas gebracht ja Tatsache Warte, mach mal anders Jetzt Sag mal, das ist ein Punkt Ja gut, ich kann ja mal da reinlegen und gucken, was hier passiert Äh, sag mal Punkt, ach so Ah Wenn du jetzt deine Portale umgesetzt Warte mal, ich setz mal ein blaues von mir vor der links Den kannst du da dein Genau, absolut Absolut Mir stellt sich die Frage, was ist hier? Aha Komm mal her zu mir Geh mal auf das hier Hin den ersten Laser jetzt Ich glaube aber du musst hier rein, weil ich die Portale habe Die wir umsetzen müssten, glaube ich Äh, warte mal Wobei Ne Ne Ne, 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 solange ich hier drauf bleibt, ist ja alles okay Du könntest Achso doch, ich, äh Scheiße Ja, wobei, du könntest ja jetzt erstmal zu dir rein Ne Scheiße Doch, ich hab Ne Hey, ich hätt's da geholt in den Würfel, aber Das, den kriegst du nicht her Achso, ne, das ist die Kugel, die wir da unten brauchen Ja, die Kugel, die brauchen wir nachher, die brauchen wir dafür Können wir die Kugel vielleicht vorher schon mal holen? Ne, wahrscheinlich nicht, ne? Ne, wahrscheinlich nicht Also, ich muss Die wird wahrscheinlich Kugel, wenn wir den aktiviert haben Aber du musst Aber du musst Ich müsste das so setzen, aber So komm ich halt auch nicht mal rein Ach, doch Doch Geh mal grad durch dein Portal und geh mal auf das Ding da Na ja, klar, du kommst jetzt ja raus Ja, mal stur wird da Achso, ja gut, ich kann dich halt da rausholen erstmal Hol dich mal da raus, genau So 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 Genau Genau So, jetzt, jetzt benutzen wir deine Portal Fuck Ja, doch, du musst jetzt, du musst dich jetzt da reingehen Weil meine, mein Vater brauchen wir Ja, gut, also, ja So, jetzt hol ich mal da rein Ja Ja, geht Ja, und jetzt muss man, genau, jetzt geh Ist ja egal, bleib mal hier drauf stehen Ähm Ähm Nein, 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 oh, schweige Ich dachte, ich dachte mir aber auch, bleib da drin Pfff Oh, weia Ähm Das wird nur über nen, ähm Ganz gute Plan Ich weiß, es bringt mir sehr viel Ah Ähm Ist ja gut, ist ja gut Ist ja gut, Männer Okay Ah, jetzt ist die Wand, das hier weg Was passiert, wenn ich jetzt da runtergehe? Dann bin ich eingesperrt, quasi Das ist ja nicht so tragisch, weil Pfff Kannst mir denken, wie es funktioniert, aber das ist so schwierig Ach ja, klar Warte mal, so passt es ja für mich So kann ich es jetzt erlassen So, drück mal, drück mal den Knopf jetzt Jetzt drück ich den Knopf Dann kannst du, kommst du da hoch Und derzeit, wie du da hoch fliegst, kann ich das Ding ja dann umsetzen Ja, jetzt Oh oh Irgendwie glaube ich, das wird knapp, das schaffen wir nicht Fuck Ja Aber die Idee war nicht schlecht Warte mal, wenn wir das Kann man das hier irgendwie irgendwas mit schneller machen Nur was? Weiß nicht, ob das jetzt was bringt Hey, das bringt gar nichts Ja, gut Das bringt überhaupt nichts Hm Warte mal, ich hab Nee, 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 nee Hab ne Idee Warte Du gehst dann einfach hier rein Stopp mal, stopp mal Nein, 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 nein Geh mal grad auf den Knopf, bitte Warte mal, gleich mal grad hier raus Jetzt geh du mal da innen auf den Knopf Was auf den da? Da, ja So Jetzt kannst du runter Ähm So, jetzt Ich war dahin, du sitzt jetzt da in dein, da in dein rotes Portal erstmal Und zwar hier so weit wie möglich hier am Rand Genau So, jetzt Du siehst, ich hab da so'n Ähm Nein, 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 nein Komm, ich mach mir das mal da rein Du siehst, ich hab da halt Jetzt dieses, das, äh, hingesetzt Das heißt, du bist schneller hier drüben Ja, ja, ja Und ich könnt's ja direkt da reinsetzen, ich glaub dann Äh, was bringt? Was so durch? So bist du schneller wieder bei mir und kannst schnell das Portal umsetzen Mal, ob das funktioniert, wird sich zeigen Hier, mach doch dein rotes Portal und dein rotes Portal Oh, stimmt Oh, stimmt Achso, warte, das muss er dahin Genau Ich wollt's grad schon wieder da hinsetzen Nein Hä? Ich bin durch die, die Ding laufen Weißt ich Du hast du nicht Jetzt, jetzt ist hier, am Boden Oben Oben Meine Partei ist jetzt weg, aber das ist egal Nein Ne Das geht Muss irgendwie noch stellen Warte mal, äh Mal was mal andersrum Versuchen was mal andersrum Geh mal auf die Luft, bitte Ne, Quatsch, die musstest du jetzt setzen Setz mal die Portale, bitte, so Wie ist das? Hier, M1 dahin Wobei, so kann's doch auch funktionieren Wenn ich selber das Ding setze, weißt? Stimmt Und Geh mal runter Ich stell dich schon mal drauf Ich geh keine, ja genau Stell dich schon mal drauf Ich geh schon drauf Nein Nein, stimmt, wir haben Denkfehler Scheiße Warte mal, setz mal da dein Portal Achso, ja gut, aber Lass mich mal, lass mich mal da rein, grad Ne, das wär vielleicht gar nicht so dumm Aber ich setz das hier da Na, hast du ein bisschen Zeit, nämlich das Ding hier zu deaktivieren? Hä, warum muss ich das denn deaktivieren? Damit ich, wenn ich da rüberkomme, mein Portal nicht verliere? Stimmt, das ist gar nicht mehr so dumm Äh, du hast aber jetzt dein gelbes Portal nicht gesetzt Stimmt Äh, stimmt Du musst es mich da reinlassen, ums zu setzen, komm mal her Achso, ja Oh, genau, knapp Reicht ja, wenn ich so mach, ja So, jetzt machst du wieder hier drauf Und ich muss hier hin Und muss da hin Höppe So Also du, mach dich bereit Warte, ja, warte Ich warte, bis du drin bist Dann kann ich ja Mach dich bereit So, genau Los Steh drauf Gut Oh, oh Dass wir wieder verdanken haben Aber es reicht Nein, 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 nein Scheiße, ich hätte das Ding höher setzen müssen, aber die Idee hat funktioniert Die Idee hat funktioniert, ja Okay So, runter da Mach dich in Position Ach, du bist du, okay Ich, ja, genau Und los So, jetzt hochkastest du, 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 hochkastest du? Ach, da geht's weiter Okay Wir müssen bestimmt nicht da hoch Nein, ich weigere mich, ich gehe hier hin Ähm, LOL, das ist ja die Anfangsdinge wieder Ja, ja, hab ich auch mal festgestellt Erstmal Kopfklauen Ähm Boing Das finde ich gemein Ähm So denn? Nein, ich schaffe Ähm Hi Na? Ja Ich halte ihn da hin, so Gut Dann war ich auch voll kollektive Blutheit überlebt Und, äh, wie wir stehen, machen wir grad offensichtlich weiter damit Äh, wir bedanken uns rechtlich fürs Zuschauen Und scheint auch nächste Woche Samstag wieder allmindest wieder heiß, dass wir Blut sind, Borde spielen und nicht auf die Reihe kriegen Stefan, was hast du gesagt? Kollektive Dummheit versammelt Genau Ciao